Die nationalen Winterspiele der Special Olympics in Oberhof, Weimar und Erfurt. Orte für große Emotionen, für große Siege dort, wo man gemeinsam stark ist. Und so aus vermeintlichem Pech am Ende schließlich doch noch Glück wird. Wir sind ja nicht nur Sportler, sondern wir sind Botschafter, wir motivieren und inspirieren Menschen. Und geht nicht, gibt es nicht. Man kann alles schaffen, wenn man nur will. So wie Sophie Nowak. Die Thüringerin lebt ihren Traum als Elsa aus Die Eiskönigin, verzaubert sie das Publikum und ist am Ende von ihren eigenen Emotionen richtiggehend überwältigt. Es geht mir ans Herz, es geht unter die Haut, das sind Emotionen und die sind nicht nur in diesem Moment stark, sondern das klingt auch nach. Große Unterstützung und tolle Stimmung gibt es natürlich auch beim Skialpin. Egal, ob auf einem oder auf zwei Brettern. Spaß haben sie alle.